hallo und willkommen zurück zu minecraft decking mit dabei ist immer noch die denise und wir haben jetzt eine neue aufnahmerunde gestartet sind ein paar tage vergangen wo bin ich dann auch hier komme ich raus guten tag wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen von einem spieler wurde uns angedroht er werde wird uns blatt machen wenn er uns sieht der lenny genau und er ist auch auf der jagd nach uns also wir haben in seinen folgen gesehen er ist ganz in der nähe er ist hier direkt in der nähe und das also wenn wir tot sind wir fliegen ja nicht gleich aus dem projekt raus aber alle unsere sachen sind weg die kann er einfach behalten und wir sind noch mal zurückgeschlagen um vier folgen drei folgen und drei folgen oder vier folgen vier folgen sind wir zurück dann würde ich mal sagen wir müssen uns jetzt bei allen noch mal gute sachen zu kriegen und sonst was also ich gehe mal nach unten und holen und noch jede menge oh halt ich muss neu die folge ist von arsch stopp auslöschen ich muss echt abbrechen geht nicht so mein mikro war nicht an jetzt ist mein mikro an darf ich den anfang nehmen ja klar kannst du dann zeige ich jetzt nur bei mir specialmäßig alles klar okay ich starte dann ich mache dann noch mal begrüßung für mich okay ja heute ist alles doppelt viel spaß hallo und willkommen zurück zu minecraft decking mit dabei ist immer noch die denise hallo hallo und ja zuschauer die bei ihr zu schauen ja so ist es richtig bekommen jetzt mitbekommen wie das so funktioniert wenn man vergisst das mikro einzuschalten ja ja geil als was ich in der ersten minute gesagt habt ihr habt nur eine minute bei mir verpasst also nichts nichts spannendes wir werden verfolgt von lenny und er versucht uns zu töten ist wohl auch ganz hier in der nähe ist allerdings derzeit nicht auf dem server wir versuchen jetzt noch jede menge zeug zu fahren und werden dann auch denke ich mal in der nächsten folge irgendwann aufbrechen auf jeden fall das versteckt wechseln lenny hier für dich noch mal die koordinaten die wir bald nicht mehr haben werden nach der aufnahme session heute und das war mein handy für meine zuschauer die kennen das ja schon das klingelt eigentlich in jeder aufnahme auch gott dieser lenny er ist ein ganz böser mensch oder seine höhle gefunden große ja hast du das gesagt natürlich ach jetzt ich war neulich im game mode weil ich noch mal zum start zurück musste jetzt habe ich vergessen den rauszumachen ja ja cheater ich musste nur was in der arena prüfen die arena leute wenn ich daran denke dann werden wir die arena auf jeden fall noch mal von außen sehen und wenn ich gewinnen sollte dann werden die arena auch von innen sehen eventuell dafür musst du auch in der letzten woche bis zum schluss durchhalten das werde ich wohl schaffen ich meine jeder der auch nur eine folge hunger games von mir gesehen hat der weiß dass ich mich wenigstens verstecken kann wenn ich schon nichts kann also muss ich nur nach großen sandlöchern suchen nein nein wir halten hier zusammen ja wir sind wir sind ein herz und eine seele und wir werden uns niemals trennen weil wir uns ganz nur lieb haben weil du es auch immer gleich wieder übertreiben musst was ist hierbei bitte übertrieben ich liebe dich jetzt ist es raus jetzt ist es einfach raus machen wir keine angst was soll das jetzt heißen genau das liebst du mich etwa nicht mehr ich muss mal gucken ob ich überhaupt aufnehmen was wäre es sehr fehlen nein ich nehme auf ich bin ja nicht so blöd wie du was nicht ich liebe dich nein ach man das meine höhle ich habe ich ewig versucht diamanten zu finden wo wo bist du ich will die auch sehen ich habe sie schon abgebaut ganz toll es tut mir leid wie viel hast du bekommen vier stück vier ja cool dann haben wir sieben jetzt ich komme nicht mehr raus ich weiß nicht mehr wo lang ich glaube hier war ich ich glaube das gelass wird ja auch sein ich habe kein holz mehr verdammt ja wenn die bäume endlich wachsen langsam zweifle ich auch daran dass überhaupt die wachsen ja so macht das so sehe ich nichts kann ich die helligkeit noch hoch stellen dass du die fackeln so blöd verteilt ich weiß nie wo ich dann rauskommen muss ich habe eine riesen mega ultra große höhle gefunden ja mir würde schon reichen wenn ich wieder raus finden würde ich kann ich finde bestimmt wieder raus ich sehe dich nicht mal mehr wo bist denn du ich habe stehen ja die richtung war doch war doch gut kommen sie mit junge frau ja natürlich aber man hält den eiserner rüstung jetzt bin ich da warum brauchst du das wetztuch nicht ab erstens kann man damit fallen machen und zweitens gibt's level das war wichtiger ja apropos level kannst du ob sie ich habe ne idee nein doch nein doch wir haben genug wo bist du über was redest du du opferst deine drei diamanten daraus massene machst du eine spitzhacke ne dann brauchst du ob sie die jahren ab und ich opfer meine vier diamanten und dann können wir uns zwei in schaden table bauen jeder kriegt ein falls wir uns jemals trennen sollten ich bin jetzt schon wieder unten meine diamanten sind in der kiste drin ja ich habe sie schon genommen soll ich machen bitte finde ich eine gute idee ja da brauchen wir noch bücher ich habe doch wartig denn hast du leder ich glaube da ist ein bisschen leder drin in der kiste oder ich habe neun leder das muss reichen kommst du hoch soll ich runter kommen ja okay das reicht ja auch noch nachher oder jetzt gleich jetzt ich will erstmal kurz in die tiefe höhle weil das ist auf diamanten höhe und die ist einfach nur riesig dann baue ich schon mal obsidian ab und dann können wir das gleich machen genau pack alle wertsachen noch mal in die truhe falls ich jetzt sterbe verdammt wo muss ich nur hin also wir brauchen bücher ich glaube ein buch reicht sogar obsidian und die diamanten ja das müsste alles sein was soll denn das wer schießt mich ab das geld werde ich mal sagen oder lenny ne 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 und ganz ehrlich diese angst ist bei diesem projekt immer dabei man hat angst dass man alles verliert was man bis jetzt erreicht hat und dass ich dich verliere also in der letzten folge hat sich das noch komplett anders angehört jeder streitet sich mal aber das wissen ja auch meine zuschauer da wusste ich doch nicht wusste ich doch nicht dass du sterben könntest und dass lenny uns schläge androht gut diamanten habe ich noch nicht gefunden aber grünzeug auch nö ich glaube ja lenny kann nix ich hoffe der lenny kann nichts und ich kann auch nichts also beim gefecht so nahkampf mäßig werde ich total versagen nahkampf ist nicht meins ich bin wenn dann mit pfeil und bogen wenn ich aus dem hinterhalt angreifen sowas kann ich aus dem hinterhalt angreifen kann ich ich kann auch taktisch angreifen und ich kann meine pfeilen funktionieren nicht hundertprozentig wie sie geplant sind aber jemand stirbt immer jemand oder der andere weiß ich nicht es stirbt immer derjenige da vielleicht nicht geplant ist aber stirbt jemand auch wie nett hier steht einfach so ein creeper der mir einfach zuschaut und er kommt einfach nicht rüber als hätte es gehört er springt jetzt gerade über den dreck rüber ich finde sinnvoller dass wir jetzt wirklich in shardming table machen als mit schwerter machen weil so können wir unsere eisenschwerter verzaubern ja das bringt einfach mehr als würden wir diamantschwerter machen und die nicht verzaubern können du hast recht ich habe immer recht wie viel braucht man eigentlich für ein portal neun oder da baue ich uns noch mal genug für ein portal ab also für jeden oder wie ja es ist ja so wir können nicht immer zusammen bleiben es ist halt nur eine kurze beziehung weil der marcel er muss zurück zu seiner richtigen familie nein spaß es ist immer im hinterkopf bei mir dass mich hintergehen könntest weißt du das wenn es mich jederzeit schnell in lava schubsen oder sonst was oder wasser machen überhaupt erst gesehen hat einfach wasser gemacht hat er wasser gemacht hat er wasser gemacht alter leder oben ist doch das papier kannst du buch machen man zwei bücher ja natürlich wieder gesetzt das hat so lange gebraucht zum abbauen wir sind jetzt bei also ich bei neun minuten du musst ja noch eine dazu rechnen weil ich so blöd bin hallo echo derjenige der da bitte sprechen oder rausgehen wir nehmen gerade auf sorry bin wieder weg wer war das ich weiß nicht wer das ist genau das passiert wenn die leute sich nicht an regeln halten ja das hatten wir nämlich als regel dass man nicht einfach joinen darf falls leute aufnehmen im aufnahmeraum wer hätte gedacht dass wir im aufnahmeraum aufnehmen oh mein gott wir können keinen vorwurf machen nein ist ja nicht böse gemeint wenn du das hier siehst dass es nicht böse gemeint aber es nervt dann halt und es ist komisch wenn plötzlich jemand joint oder siehst du das anders was ganz richtig ganz richtig du hast immer recht ich habe immer recht was ist denn jetzt hier los schon wieder so ein dummer bogengeschütze tot meine folge ist jetzt so spannend ich meine ich habe wenigstens diamanten gefunden aber ansonsten baue ich gerade nur obsidian ab das werde ich bis zum ende der folge wahrscheinlich auch machen müssen ich renn hoch und runter und hoch und runter ja das bin ich am anfang der folge auch weil ich immer was vergessen hatte das obsidian auch so lange dauert das nervt so okay ich habe sechs sind in unserer kiste okay ich muss nur acht obsidian abbauen cool ich sammle noch mal noch ein bisschen eisen und ein bisschen kohle 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 boah das bist du gott sei dank ich bin nämlich schon zurückgegangen ich habe mich so erschreckt ja das war ich entschuldigung dass ich mich wurde erschreckt habe jetzt finde ich wieder nichts dahin wo ich hin will richtig ich weiß es nicht die höhle ist aber auch unübersicht unübersicht unübersichtlich ja ja auf jeden fall bin ich denn jetzt doch hier wollte ich hin welchen ich baue jetzt alles aber beim letzten obsidian fall ich einfach in lava ich hoffe nicht hoffe ich auch das jetzt so viele aufnehmen das macht mir angst wir haben ja wirklich nur zwei monate zwei monate zeit um uns auszurüsten und dann kommt das die finale woche und dann eventuell noch der finale kampf und jetzt werden sich wahrscheinlich viele zuschauer sagen zwei monate lang minecraft spiel das ist doch über lang man darf aber nicht vergessen wir haben immer nur diese 15 minuten folgen die wir im normalfall einmal am tag aufnehmen es kann natürlich auch mal sein dass man zwei oder so hochladen aber mehr oder längere zeit werden wir wahrscheinlich ja nicht spielen ja bei mir ist es so ich spiele ein bis zwei mal die woche jetzt dieses minecraft projekt wahrscheinlich und nehme dann die ganzen folgen für die woche auf genau da muss man halt alles schaffen und stellt euch mal vor jemand tötet mich und klaut meine diamantrüstung und alles dann fange ich wieder bei null an das heißt man muss sich verstecken kalt man muss um essen sich kümmern man muss man darf nicht in lava fallen oder sowas das killt einen extrem und wirft einen halt dann wieder um folgen zurück weißt du richtig oder wenn jemand das versteck findet mit verzauberungstisch und der klaut das alles das wirft einen wieder zurück meine güte hier unten ist so viel los warum muss diese gemeine lenny jetzt auch kommen ach lenny wie kannst du so ich hoffe ich weiß noch wie man das baut ein zaubertisch ach ich glaub das kriegt man hin ähm bin ich grad blöd ja unten drei obsidianen in der mitte in diamant und rumrum bücher oder ein buch in die menschen auf ähm unten drei obsidianen ja in der mitte auch nochmal eins ja obenauf ein buch und rechts und links diamant also in mitte rechts links hast recht hast recht das bedeutet ich brauche jetzt nochmal zwei obsidianen für unsere portale die wir dann jeder beziehungsweise obsidianen bekommt jeder und dann können wir uns irgendwann ein portal bauen cool ja die hülle hier unten ist riesig du wiederholst dich ja die wird immer größer aber ich finde einfach keine diamanten ich glaube aber jetzt bin ich auch schon wieder zu hoch kannst ja gucken auf F3 ganz ehrlich der einzige der mir Angst macht wenn er jetzt joinen würde wäre Lenny ach wir sind zu zweit ich hab trotzdem Angst vor ihm ja er will mich einfach töten nur weil ich ein Mädchen bin und alle gegen mich du schiebst das auch immer wieder vor sie sind doch nur neidisch ich sehe den Namen ist das dein Name? wo? oben bei uns in der Höhle ja ne ich spring jetzt grad ich seh den Namen nicht entweder duckt sich grad jemand ich komm jetzt jetzt grad toll jetzt hast du mir auch Angst gemacht das ist Stihl wo? in der Höhle ich hab ihn gesehen sein Name ich fliehe komm runter komm nach unten ich bin hoch geflogen ach 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 er hat mich glaub ich auch gemerkt ich gehe wo bist du? ich fliehe das ist Stihl ach nein ja Leute eigentlich wäre die Folge ja jetzt vorbei aber das geht so nicht hättest du ihn bloß in den Aufnahmeraum gelassen ist es wieder Mädelschot oder was? wem denn sonst? ich komm nicht mehr zurück da ist Stihl 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 keine Ahnung der Typ auch du wiederholst dich verdammt wo gehts hier zurück? hier glaub ich ich hab kein Essen kein gar nichts ich flieh einfach wo bist du? draußen oder was? ich bin raus gelaufen ich bin raus gelaufen ich hab die Sachen ich hab nur unwichtiges Zeug zurück gelassen wo hast du den entdeckt hier unten? bei dem Obsidian oder wo? nein ich bin hoch gelaufen da war sein Name und dann kam er näher da wo ich die Bäume gepflanzt habe oh ja okay die Folge ist vorbei darf ich mich ausloggen? ähm ich bin jetzt grad hier drin er sneakt jetzt auch ich glaub er ist bei unseren Öfen ja er sneakt ich hatte einfach Panik er hat sich eingebaut er hat sich eingebaut er sneakt wieder da unten ist er ich hatte Panik ich bin gelaufen hast du hier irgendwo einen Lava Eimer? ne aber ich hab alle Wertsachen jetzt bin ich einfach gelaufen ach verdammt was machen wir jetzt? ich kann auch nicht einfach raus ähm ja du kannst dich ausloggen ich muss gucken dann schneide ich das irgendwie zusammen dass es zwei Folgen sind ne dann machen wir jetzt die zweite Folge würd ich sagen ich sitz im Dunkeln ich versteck mich ich würd mich freuen wenn du hier runter kommen würdest ich hab Angst ich hab alle Wertsachen musst du bedenken ich kann die Wertsachen noch nicht einfach hinstellen ich hab die Verzauberungstische Jogogamer ist Jogogamer auch da? das bin ich oh siehst du wie die Panik in mir aufsteigt? ich seh ihn hier unten er flüchtet von mir nach unten ich baue mir aber ne Treppe oh Gott so haben wir das nicht geplant Leute so haben wir das nicht geplant ich weiß ja nicht mal mehr genau wo ich herkam ich bin einfach geflüchtet so panikmäßig ich hab seine Höhle ich hab seine Höhle hast du ihn? ihn noch nicht aber seine Höhle ich weiß ich bin so ein Schisser aber es tut mir leid ich hab alle Wertsachen ja ist doch gut ich will einfach nicht sterben du sagst mir wenn du in der zweiten Aufnahme bist äh ja Leute ich beende jetzt hiermit die zweite Aufnahme die erste Aufnahme hab ich da schon keine Ahnung es regnet Leute Leute ob die Dian wär mir lieber gewesen also bis zur nächsten Folge tschau 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 tschau